Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus In jener Zeit sagte Johannes, einer der zwölf, zu Jesus Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb und wir versuchten ihn daran zu hindern, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus erwiderte, hindert ihn nicht. Keiner, der in meinem Namen eine Machttat vollbringt, kann so leicht schlecht von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus gehört, Amen, ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Wer einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt, Für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde. Wenn dir deine Hand Ärgernis gibt, dann hau sie ab. Es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben zu gelangen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das nie erlöschende Feuer. Und wenn dir dein Fuß Ärgernis gibt, dann hau ihn ab. Es ist besser für dich, lahm in das Leben zu gelangen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dir dein Auge Ärgernis gibt, dann reiß es aus. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Gelobt sei Jesus Christus! Die Kirche begeht heute an diesem 26. September, den 26. Sonntag im Jahreskreis. Und im heutigen Evangelium werden uns eine ganze Reihe von Gewissensfragen gestellt. Fragen, die wir uns selbst oft im Lebensalltag stellen und deren Beantwortung immer wieder neu und auch problematisch zugleich ist. Es geht in diesen Fragen um unser Christsein. Es geht darum, wie wir dieses Christsein verwirklichen wollen. Da ist zuerst das Faktum, das heute wie zu Jesu Zeiten anzutreffen war. Menschen tun Gutes, ja, vermitteln sogar Heil, ohne dass sie sich ausdrücklich zu Christus bekennen. Und es ist bedeutsam, dass Jesus dies ihnen nicht verwehren will. Er stellt sich hier klar gegen Fanatismus und gegen die Versuchung, eine Ausschließlichkeit im kleinen, überschaubaren Bereich der Jüngerschar festzustellen. Jesus spricht in Worten, die wir uns auch in unserer heutigen kirchlichen Situation zu eigen machen müssen. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Es geht hier also um eine menschliche Solidarität, die über jene hinausreicht, die sich Christen nennen. Natürlich liegt es an uns, immer treu zu bekennen, dass der Geist Gottes das Wollen und das Vollbringen schenkt. Aber zugleich müssen wir auch immer wieder bekennen, dass wir die Grenzen nicht kennen, innerhalb derer der Heilige Geist wirkt. Die soll uns auch ein Trost sein, wenn aus unserer Familie Menschen sterben, deren Lebensweg zwar edel und ethisch gut war, die aber nicht Christen waren oder sich von Christus und seiner Kirche, oft auch aus sehr irdisch-materiellen Gründen, entfernt haben. Der Gnadenschatz der Kirche gibt auch jenen die Kraft, Gutes zu tun, die sich nicht voll zu ihr bekennen. Und Christi Urteil beim letzten Gericht ist Gott sei Dank nicht in unserer Entscheidungsmacht gelegen. Ein anderes bedeutsames Wort spricht Jesus für jene Situationen, wo wir selbst in uns Ärgernisse, Versuchungen aufsteigen spüren. Jesus spricht in diesem Zusammenhang sehr deutlich von der Hölle, die wir uns aber selber bereiten, der wir aber auch ausweichen können. Jesu Worte sind hier äußerst deutlich. Da gibt es kein Drumherumreden, da gibt es kein pastorales Abschwächen. Jesus psychologisiert nicht, sondern sagt uns klar und deutlich, wer mit der Sünde spielt, ja mehr noch, wer auch andere dazu verführt, der bereitet sich die Hölle. Hier schon auf Erden, aber ebenso für die Ewigkeit, weil Gott die Sünde, das Nein zu ihm ernst nimmt. Jesus spricht hier eine leidvolle Erfahrung an, die uns in unserem Leben immer wieder begegnet. Eine Erfahrung, die wir leider allzu oft verdrängen, anstatt sie wahrzunehmen und an uns mit Gottes Hilfe auch zu arbeiten. Wir erkennen immer wieder diesen Widerspruch in uns selber. Das Wissen um das Gute, um den Willen Gottes auf der einen Seite und unsere menschliche Begrenztheit, unsere Begierden, unsere Hinneigung zum Bösen andererseits. Die Augen des Herzens streben nach dem Licht, doch die Augen des Leibes suchen oftmals die Finsternis. Jesus nennt beispielhaft den Fuß, die Hand, das Auge, Glieder und Fähigkeiten, die Gabe Gottes sind, die uns und unserem Lebensziel dienen sollen. Sie sind von Natur aus nicht böse. Doch es gibt auch jene Wirklichkeit, die wir Erbsünde nennen, die Folgen der Ursünde. Diese Wirklichkeit bringt das Gute in uns in Gefahr, und zwar in die Gefahr des Sündigens. Betrachten wir genau, was Jesus sagt. Nichts in uns wird von vornherein verurteilt. Weder unsere Leiblichkeit, noch der Geist, noch unser Herz. Jesus macht uns vielmehr darauf aufmerksam, dass all dies aber auch gegen uns auftreten kann, weil es in unserer freien Verfügung steht. Es kann sich selbstständig machen und uns dazu bringen, dass wir unser Lebensziel aus den Augen verlieren oder gar verfehlen. Und deshalb sollten wir uns immer neu daran erinnern, dass wir von unserem Vater im Himmel eine Kraft mitbekommen haben, diesen Widerstreit in uns zu überwinden. Es ist die Kraft unserer Taufgnade, des Heiligen Geistes, jene Gnade, durch die das Sündige in uns prinzipiell besiegt ist. Freilich, sofern wir uns dieser Gnade besinnen und sie bewusst wirken lassen. Immer wieder müssen wir uns die Frage stellen, wer ist eigentlich Herr über uns, über unsere Triebe, unsere noch so guten Fähigkeiten? Oder nicht doch wir selbst als von Gott Geliebte, als unter Gottes Gnade Stehende? Folgen wir der liebevollen Mahnung Jesu im Evangelium. Bitten wir seine heilige Mutter, die es verstanden hat, in der Ordnung der Gnade zu leben, um ihre Hilfe. Und lassen wir uns mit dem Bewusstsein beschenken, was unser Wert vor Gott ist. Und nehmen wir es an, dass uns von Gott angebotene Lebensgeschenk. Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen einen gesegneten und erholsamen Sonntag. Gelobt sei Jesus Christus. Gelobt sei Jesus Christus. 的 Leckenden 情 Glaube Jesus Christus. Die Haltz de Gnade schwelum der Gnade Engage war war our w花 und 1 und z Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020